hallo liebe klimbausteinfreunde ich bin axel von steinreich tv und ich habe euch heute wieder ein neues set von lotz ein set mit mini steinen das ich euch heute gerne vorstellen und mit euch bauen würde es handelt sich um das set 17 39 ein pizza food truck den habe ich hier ich habe ja schon die ap gebaut das ist die anleitung das ist so ein ja ich weiß nicht was es ist nicht nicht ganz a3 aber oder nicht ganz a2 bisschen größer als a3 ein faltblatt vorne und hinten bilddruck es hat also genau zwei seiten es hat 59 bau schritte es ist nicht in bauabschnitte unterteilt es sind ungefähr immer so 500 teile wenn ich mich nicht täusche und dass da hat lotz keine bauabschnitte die haben bei ganz großen setz haben sie angefangen bauabschnitte zu integrieren aber das ist jetzt auch ganz neu die meisten hatten bisher keine bauabschnitte da geht auch einiges direkt ab ich mache jetzt mal einfach mal hier hier haben wir erstmal die teile liste was alles drin ist das ist schon durchaus einiges würde ich sagen und ja und dann wird auch halt auch einiges pro bau schritt verbaut hier sieht man bereits gebautes ist grau dargestellt neues wird und dargestellt wir haben ein paar bedruckte teile aber wir haben in erster linie aufkleber ob ich die dran mache oder nicht das weiß ich noch nicht wahrscheinlich nicht ich schaue mir das einfach an wie das set aussieht und wenn es auch ohne aufkleber ganz gut aussieht dann lasse ich die aufkleber weg lotz mini steine sind von von den dimensionen her circa 30 prozent kleiner als normale lego system steine sind aber von den dimensionen her also von der von den verhältnissen her exakt so wie die lego steine also sind wieder plates in ein drittel hoch von den bricks und und das seiten und höhen verhältnis stimmt immer überein mit dem was lego so macht beziehungsweise die ganzen alternativen hersteller es ist also nicht so wie bei den nano steinen die noch kleiner sind und aber auch andere seiten verhältnisse einfach haben also theoretisch könnte man eigentlich alles was man mit den mini steinen baut auch mit den großen steinen bauen und auch andersrum wenn es die jeweiligen steine denn in dem jeweiligen format gibt was nicht unbedingt gesagt ist aber jetzt würde ich sagen wir fangen einfach an das set zu bauen und ich melde mich dann einfach wieder Musik So, jetzt bin ich ungefähr bei Halbzeit von meinem Lotz 1739, dem Pizza-Bus, wobei ich jetzt hier sagen muss, das ist doch ein Burger oder sowas, das ist doch keine Pizza. Was macht das hier in einem Pizza-Bus, Pizza-Food-Truck, aber naja. Ja, die Lotz-Steine, die sind teilweise etwas schwerer zum Zusammenfügen und wenn man da ein bisschen wackelige Bautechniken hat, wo man dann draufdrücken soll, dann ist es ein bisschen schwierig. Das hat man hier auch wieder und dann andererseits halten sie dann die Klemmkraft dann doch teilweise nicht ganz so gut wie manche großen Steine. Aber es geht. Also man kann damit immer noch sehr gut bauen, aber ich bin jetzt nicht so hundertprozentig immer überzeugt. Aber ich meine, was ich so gehört habe, sind die Lotz immer noch deutlich die besten, was die Mini-Steine angeht. Ich bin jetzt praktisch bei der Halbzeit. Jetzt habe ich hier auf der Seite noch hier so Stangenkonstruktionen wieder für das Verdeck oben, für die Markise. Das passt jetzt hier besser, wenn ich jetzt hier kurz den Zwischen-Cut mache. Wir haben wieder eine Figur schon gebaut, das ist der Koch. Der steht hier, wie man es von diesen neuen Lotz-Figuren kennt. Der kann die Beine abknicken, die Knie können sich ein bisschen bewegen, was ganz cool ist. Also mit denen kann man echt auch wirklich spielen, auch wenn sie natürlich sehr klein sind. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir einfach weiter und schauen, was uns noch erwartet. Ob es wirklich noch ein Pizzaladen wird, Pizzawagen oder ob es ein Burger-Ding bleibt. Oder ich weiß nicht, was das sein soll. Also das sieht aus wie ein Burger-Wecken mit Salat und Käse drauf. Vielleicht aber auch kein Fleisch. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber es ist auf jeden Fall da und sieht nett aus. Aber jetzt bauen wir weiter. Und jetzt machen wir weiter. So, dann bin ich fertig mit dem Lotz Mini 1739. Ich habe mal wieder keine Aufkleber aufgebracht. Die habe ich noch alle hier. Das ist ein ganzer Schwung, aber hier draußen fehlen eigentlich nicht viele. Klar, hier hat man auch wieder die Kartenhänge geklebt und sowas. Und hier steht Pizza-Time drauf, oben über dieser, hier über der Marquise und so. Aber das fehlt mir nicht. Ich denke, man erkennt es eigentlich ganz gut, was das sein soll. Hier haben wir ein kleines Außentischchen mit einer Pizza drauf. Das ist ein Druck. Wie gesagt, ich habe keine Aufkleber aufgebracht. Mit einer Kundin. Hier Pommes dabei. Pizza und Pommes, naja gut, wer es braucht. Und eine Tasse. Hier oben haben wir Pizzaschachteln drauf. Da gehört auch wieder ein Aufkleber drauf. Die sitzen hier locker drin. Da ist keine Noppe. Das kann man hier vorne abmachen. Das ist nur auf ein paar Noppen drauf. Das hier, genau, das kann man hier so aufklappen. Das hat hier so eine Funktion. Hier drin haben wir unseren Koch und Messer und Schraubenschlüssel und irgendwelche Spender. Und ja, so was man alles hat hier. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Oben drauf natürlich die Pizza. Hinten haben wir auch noch eine Klappe, die man aufmachen kann. Die Türen kann man theoretisch aufmachen. Genau, was kann man noch machen? So, und dann haben wir hier diese Markise. Die finde ich ganz cool. Ich will mal die Hand wechseln. Dann kann man nämlich hier die hochdrehen. Und dann sieht man hier mehr, was der hier hinten hat. Also der kann nur auf beiden Seiten bedienen. Das ist ein bisschen unpraktisch. Aber naja, und dann kann man es auch wieder runterdrehen. Dann haben wir wieder ein bisschen Schatten. Warum das jetzt auf beiden Seiten offen ist und nicht so nach einer Seite gerichtet ist, weiß ich nicht. Aber ich finde es eigentlich eine coole Idee hier, diese Markise. Das könnte ich jetzt noch ein paar Mal machen. Also, das ist das. Und ja, so sieht es dann aus, unser Pizzamobil. Ähm, ja, auch die Fensterscheiben sind ziemlich gut in der Qualität. Da ist ein, ich sehe keine Kratzer. Ähm, also Qualität der Steine ist einwandfrei. Ähm, die Konstruktion ist manchmal ein bisschen abenteuerlich. Es hält nicht alles so hundertprozentig. Hier diese, die Stoßstange da unten, die hat man gern mal in der Hand, wenn man da dran langt. Und so, und die, die Räder rollen jetzt nicht besonders gut. Die schleifen hier ein bisschen. Da ist der Abstand zum Radkasten sehr gering. Äh, ja, wer da, wer drauflegt, der muss sich wahrscheinlich ein anderes Set kaufen. Aber sonst, mir gefällt es, ist er wieder ein süßer, kleiner, netter, äh, Foodtruck. Passend zu meiner Frucht-Ape, die ich neulich gebaut habe. Die passen natürlich wunderbar zusammen. Was haltet ihr denn von diesen kleinen Modellen? Ist das was für euch? Oder bleibt ihr lieber bei den großen, normalen Steinen? Ich bin noch nicht ganz schlüssig, ob ich da so hundwurzelnig glücklich bin mit diesen kleinen Steinen. Es ist immer eine nette Abwechslung, aber für mich, äh, es bleibt, äh, bleiben die großen Steine das Maß aller Dinge. Aber das Ding hat natürlich einen Vorteil. Es braucht viel, viel, viel weniger Platz als ein entsprechendes Stein, äh, äh, entsprechendes Modell in normal großen Steinen. Aber, wie gesagt, was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde mich freuen. Äh, genauso freue ich mich natürlich noch viel mehr, oder genauso, über einen Daumen nach oben oder gar ein Abo, das wäre super. Ich sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Axel von Steinreich TV. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.